Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ein Lehrfilm. Ein Lehrfilm über Männer und Frauen. Um die Gegensätze zwischen den Geschlechtern und die daraus resultierenden Probleme zu verstehen, muss man dann und wann auf den Anfang unserer Geschichte zurückschauen. Denn die Vorzeit hat unser Verhalten bis heute geprägt. Doch es mussten erst einige Millionen Jahre vergehen, bis wir uns zu einer eigenen Spezies entwickeln konnten. Und obwohl die Entwicklung unserer Art eine unvorstellbar lange Zeit benötigte, sind wir heute trotzdem nichts anderes als moderne Nacktaffen. Heute haben sich die Aufgaben von Männern und Frauen geändert. Nur ihre Gehirne sind dieselben Gebäude.